Musik 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 2014, die Triple Nuclair auf einer Map, bei der ich dachte, sie würde niemals wieder zurückkehren. Doch jetzt ist es soweit. Black Ops 4, Slums ist zurück. Viel Spaß mit dem Video. Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Und endlich das aller allererste Video aus der Black Ops 4 Vollversion Online. Ja, viel Spaß mit zwei ultra krassen Runden auf Slums. Ich würde sagen vom Aiming und von Movement Sachen und so schon. Also man merkt, dass ich viel gezockt habe, das war sozusagen. Ich will nicht angehen, aber ich würde sagen, es ist schon ganz nice Runden geworden. Leute, eine kurze Sache und zwar bin ich jetzt wieder live. Also kommt jetzt vorbei in der Videobeschreibung. Für die Leute, die sich gestern im Übrigen beschwert haben, dass ein Fortnite-Video kam, das sind auch wahrscheinlich Leute, die den Twitch nicht kennen. Weil ich habe dieses Wochenende jetzt schon 18 Stunden Black Ops gestreamt, Leute. Also das ist einfach so mein Hauptding zurzeit. Also kommt dort bitte einfach mal vorbei und noch eine Message an diese Leute. Und zwar, ich weiß, es waren nicht viele, aber gestern haben echt ein paar Leute eklige Sachen geschrieben, weil ich Fortnite hochgeladen habe. Und an euch so eine kleine Message, Leute. Ich würde euch am liebsten das Recht entziehen, dass ihr überhaupt ein Video von mir schauen könnt. Denn, wenn ihr mich nur wegen dem Spiel, was ich zeige, abonniert habt, das feiere ich gar nicht. Also das feiere ich nicht. Und ich hoffe, dass ihr irgendwie das Interesse an mir schnell verliert in nächster Zeit, dass ihr nicht mehr dabei seid. Weil auf euch kann ich verzichten, weil ein wahrer Supporter von mir schaut alle Videos, beziehungsweise schaut nicht alle Videos, aber verurteilt mich nicht für das Spiel, was ich hochlade, sondern kann es in irgendeiner Form nachvollziehen. Und nur weil gestern Black Ops 4 releaset. Und ich hatte dies, ich habe ja sogar erklärt, ich habe das scheiß Video sogar neu gerendert. Ich habe sogar erklärt, warum ich das Video hochgeladen habe gestern. Und zwar, weil ich es noch auf der Festplatte hatte. Nur an die 20 Leute, die es vielleicht geschrieben haben. Ich wünsche mir einfach, dass ihr meine Videos wirklich nicht mehr schaut, dass ihr mich deabonniert, Leute. Ich fand es einfach nur eklig. Aber jetzt haben wir ein bisschen positiver, viel Spaß mit den Runden. Und jetzt kommt, let's go. Einfach Orbi, Hundeschwarm sind die drei, die noch reinkommen. Ich würde mir im Stream so einen Rejecten, Digger. Ich würde mir so einen Jackson. ASMR-Jurk-Off, Digger. Digger, ich würde mir so aufs Mikrofon... Erstmal ein ASMR-Video machen, Digger. ASMR-Jurk-Off, Digger. Ja. Oh, Jummel. Hast du gut geschluckt? Ah, Digger, die schlucken zu viel, Digger. Nachladen darfst du hier gar... Also, nachladen darfst du nicht vergessen hier. Das ist so sweaty, das ist so... Jerk-Off-Challenge. Orbi oder Sonny? Aber würde ich schon nach Sonny nehmen. Aber die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Wieso Challenge? Das bist du dumm, Junge. Alles klar. Ey, Digger, pass auf. Würdest du lieber... ...Ein Orbi in dem Game haben... ...und dafür... ...8 Monate keinen Sex haben... ...oder halt kein Orbi und dafür... ...Ganz normal, Digger. Oh, gute Frage, Digger. Orbi wär schon weg. Orbi ist halt für YouTube und so halt krass, Mann. Jedes Spiel, was kein Orbi hat, hab ich... ...irgendwann... ...hab ich relativ schnell aufgegeben, hochzuladen, Digger. Ne. Und das fucken mich eben ab, Digger. Die können doch kein Treyarch-Teil machen ohne Orbi, Digger. Sorry, nein. Ne. Das hab ich nicht gestattet, verdammte Scheiße. Digga, er schießt... Digga, das hat... ...das waren 200er IQ-Moves. Oh, er hat eine First-Waffe. Oh mein Gott. Durch die Windschirmscheibe geschossen worden. Hellstorm ist das absolut O-P-ste Streak in diesem Spiel, Alter. Ich mein's ernst. Gieß so stark, aber ist nice. Ja, ist auch gut. Die Streaks sollen ja auch endlich wieder was können, Mann. Auch der Heli geht gut eigentlich, Digger. Wenn du den relativ früh erreichst... Das war gerade so eine kranke Szene, wie ich ihn gechallenged hab. Digger, what the hell? Boah, ich mach grad den Nuke, ich hab 10er Streak. Wenn ich wüsste, würde ich spawnen. Was habt ihr nicht hier spawnen? Wollt ihr mich verarschen? Nein, der geht ja nicht mehr weiter. Kommando, braucht eine Konterdrohne am Himmel. Nein, diese Stolperfalle, die war so scheiße. Hat der dich gemeldet? Nein, ich bin tot. Oh mein Gott, das war so ein nice Streak. Ich kriege auch die Kills nicht. Digamann. Auf jeden Fall ist das Kill-Rekord von mir. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist das Kill-Rekord. Obwohl, ne, ich hab am Anfang natürlich slow gespielt. Nevermind. Ich hab die da drüben spawnen. Na ehrlich, Digga. Ich dachte so jetzt, die spawnen hier auf der Seite. Na, 30 zu 3, aber halt beim Spiel, wenn man nur 75 Kills macht, ist schon ganz okay. Okay. So dieser Kriegsbringer oder Todbringer oder was. Letzter Kill, Digga. Haha. Aha, Digga. Das war ne nice Runde. Oh Mann, okay. Oh, Mist. Stop. Oh Mann, okay. Willkommen in? Oh Mann, gut. Wenn du hier hab. All die, was ich hier aufgeregter. Ich stehe auf die Zierer, sie haben keinen Alzheimer. Der Sturm. Matto, hast du echt komisch gekillt hier. Hier sind einfach auch Slums unterwegs, du kannst es nicht glauben. Und das ist ja kein Remake oder sonst. Ja, das ist ja das Klasseste daran. Das ist einfach die actual map. Actual map in an actual game. Actual game footage. This is amazing. 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 Nein, Digger. Boah, Mann. Was war das für ein Streak. 12er Streak. Und dann so ein dummer Tod, Mann. Kein klickgeiler Titel war irgendwann August 2016, würde ich gefühlt sagen. Wie gesagt, es ist immer schwierig das exakt zu benennen. Ich hätte so eine Nuklear machen können. Die Gegner sind so wack. Boah, wie schlecht er ist, Digger. Wtf. Digger, gegen mich haben die so als Aims der Vergeltung. Ich schwirze sie davon. Wir spielen anscheinend gegen andere Teams, Digger. Das sind die schlechtsten Gegner bisher. Also für mein Gefühl irgendwie. Ich werde so geraped, Digger. Es kommen 4-5 Leute immer auf mich. Ah, Kamos Platz 13 mit 2 Punkten. Nice. Ich denke, heute werden wir noch ein bisschen mit Kamo auf jeden Fall COD spielen, Leute. Wir haben uns jetzt die letzten Tage schon gesagt. Nach Skirmish wird er online kommen, hat er gesagt. Ich glaube, er hat sich jetzt runtergeladen. Kann er COD? Er kommt ja von COD auf. So. Schlägerei mit einem Besoffenen. Schwierig. Februar 2014. Vielleicht. Kann aber auch komplett... Nee, oder September 2013. Oh. Schwierig. Vielleicht September 2013. I don't know. Ja, Paisen, das ist auch wirklich eine Krankheit, Digger. Ich glaube nicht, dass es gut ist. Oh, wie kann ich da sterben? Ende Oktober. Guck mal, das ist krass. Da hast du mich jetzt gekriegt, Digger. Das wusste ich nicht. Alles vor dem Stream geübt, ja man. Ich habe auch die Chat-Nachrichten vorher gesehen. Oh mein Gott. RIP, Digger. RIP. Digger. Digger, das ist auch fake, Digger. Wie gesagt, dass die ganze Zeit jemand... Ich habe jemanden im Ohr, Digger, der mir das ganze Zeit sagt. Ich habe zwei Runden jetzt komplett auf dieser Map geraped. Es macht das ein Liegen, der wir da kommen. Und hier ist hier natürlich.